Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kryptonauten und herzlich willkommen zu einer Wiedersgabe in der Kryptosektion der Formations-DNA. Heute ist Donnerstag, der 13. Juni 2019 und Kryptonauten, wo seid ihr eigentlich die letzten Wochen abgeblieben? Im Ernst, liebe Kryptonauten, schön, dass ihr wieder da seid, wenn wir wieder da sind. Ich bin so ein bisschen unangekündigt abgetaucht. Erst war ich geschäftlich im Ausland und dann haben wir richtig viel zu tun gehabt, um die Kryptonauten-Kommandozentrale sehr, sehr, sehr bald für alle zugänglich zu machen. Wir haben einen richtig coolen Partner gewonnen, kommt alles, das hat viel Arbeit erfordert. Und dann haben wir noch unsere Büros umgebaut und dann wollten wir nur so ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wir haben zwei neue richtig coole zusätzliche Trading-Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiter aufgebaut. Und ja, und dann so, oh nee, das noch und das noch und dann hat der Umbau ewig gedauert. Deswegen hat es länger gedauert und ich muss dazu sagen, ich habe auch nicht wirklich viel zu sagen gehabt. Denn der Markt ist ja auch jetzt seit Anfang Juni nur seitwärts gelaufen. Und ja, habe ich für eher wahrscheinlich befunden, hatte ich auch in den letzten Videos gesagt. Und deswegen kann ich jetzt jeden Tag rauskommen und sagen, ja, ist ein paar Cent hoch, ist ein paar Cent runter oder ein paar Dollar hoch, ist ein paar Dollar runter. Und im Grunde genommen ist nur hin und her Taschen leer. So, gerade wenn man so wie ich über den 4-Stunden-Chart, über den Tages-Chart vielleicht auch mal über den Stunden-Chart kommen will, aber so alles in allem nicht wirklich viel los gewesen. Jetzt muss ich euch aber sagen, die aktuelle Phase finde ich echt spannend. Was wir nämlich hier haben ist, zum einen, vielleicht fangen wir mal mit der Woche an, wenn ich den hinkriege, da ist er ja. Also, der ultralangfristige Trend ist ja aufwärts. Der langfristige Trend ist abwärts. Der mittelfristige Trend ist aber aufwärts. Steigt, 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 steigt. Und jetzt konsolidiert er so ein bisschen vor sich hin. Ja, meine rote Kerze, ja, kann ja mal sein. Ich bin mir sicher, dass schon einige sich darüber ausgelassen haben, uh, Vorsicht, das könnte hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation sein. Und ich muss sagen, ja, also, was zu einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation passt, ist, der Markt hat einen Widerstand, nimmt den raus und dann fällt er aber wieder rein. Das ist schon eher typisch, Schulter-Kopf-Schulter. Ohne die Tatsache, dass das Hoch, was die linke Schulter hat und das Hoch, was die rechte Schulter hat, auf derselben Höhe sind. Nur ist das ja hier noch gar nicht fertig. Erstens. Das heißt, der Markt müsste erstmal hier mal scheitern, runterkommen, dass wir sagen können, oh ja, der hat eine rechte Schulter ausgebildet. So, erstens. Zweitens. Für eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation braucht ihr eine Nackenlinie. Und dann ist es ja immer so, sobald der Markt Folgendes macht, ein hoch, ein höheres Hoch und dann wieder runterfällt, dann wird, weiß ich nicht, Hans mit Franz verbunden oder Horst mit Hans oder, ich weiß nicht, Hamed mit Mohamed. So, und dann, oder wie auch immer, oder so. So, ich war jetzt gerade eher mit den Namen beschäftigt, als dass ich mir unterschiedliche Linien überlegt habe und dann sagt man, oh, alles klar, hier. Da haben wir die Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Nur die eigentliche, klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation muss ja so sein, dass die Schulter, so wie sie hier ausgebildet ist, auch hier ausgebildet werden sollte. Also wenn ihr von mir wissen wollt, wie sollte das aussehen, so. So, so, na komm Kumpel, so, so, oh ja, oh, oh, ah ja. Das wird mir gefallen. Und dann hier runter. Vielleicht ein bisschen zu lang geht es sein. Dann, dann, ja, dann haben wir auch eine blitzsaubere Nackenlinie. Jetzt werdet ihr sagen, ja, es hat doch mal nicht so kleinlich. Du kannst auch das hier als Nackenlinie nehmen. Aber das gehört doch alles zu einer Phase. Und das Allerbeste ist, wisst ihr was? Hier. Wenn er hier durchfällt und dann so, boom, alles so, oh, siehst du, war doch da, kann alles sein. Ich muss immer das Gleiche machen. Im Büro mache ich die Mitarbeiter verrückt, weil ich sage, Leute, wir machen jeden Tag in der Firma das Gleiche. Alles liegt am selben Platz. Wenn ich mich immer so komisch angucke, sage ich, das kommt vom Trading, da mache ich auch immer das Gleiche. Und dadurch entsteht, wenn du immer das Gleiche machst, entsteht eigentlich Exzellenz. Das Problem ist, dass viele Kleinanleger leider immer das Gleich falsch machen. So, dann geht es natürlich in die andere Richtung. Deswegen, worüber reden wir? Ich brauche hier eine richtige Schulter. Trotzdem finde ich diese Phase echt spannend. Wenn ich sage, ich finde diese Phase echt spannend, heißt es nicht, ich werde auf jeden Fall dabei sein, wenn diese Phase losgeht. Ich sage nur eins, das, was der Markt hier gerade macht, macht mir persönlich Spaß, es mir anzugucken. Denn, hier, ich habe den 4-Stunden-Chart gesucht. Hoch, tief, tieferes Hoch, tieferes Tief konsolidiert. Das heißt, so, in der ganz kurzfristigen Zeiteinheit machen wir einen Abwärtstrend. Die Frage ist nur, kann der Markt das nach Runden fortsetzen, ja oder nein? Und wenn wir uns das einmal in einer Stunde angucken, hoch, tief, tieferes Hoch, tieferes Tief, zumindestens das hier, isoliert betrachtet, ohne den Trend, fällt, konsolidiert, sieht mehr aus. Auch mit dem hier, wie eine Bärenfrage, passt natürlich nicht zu diesem übergeordneten Aufwärtstrend. Was machen wir daraus? Falls der Markt wieder hier hinkommt, wieder diese Zone respektiert, guckt euch diese lange Schatten an. Ich muss mit dieser Linie vorsichtig sein. Aber wenn er sie mir nochmal bestätigt und nochmal bestätigt, dann muss ich sagen, du, das sehe nicht nur ich, das sehen auch andere. Ansonsten muss er hier irgendeine Horizontale mir angeben. Failed, konsolidiert. Spekulativ wäre diese Linie, konservativ wäre es natürlich diese Horizontale. Warum ich aber, sagen wir es mal so, relativ scharf bin auf diese Linie ist, die kommt nicht nur von hier, sondern, wartet mal, die kommt auch, hol mal den 4-Stunden-Chart nochmal rüber. So. Guck mal. Einverstanden, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Jetzt guck mal hier. Also so ganz sauber kriege ich es nicht geballert. Aber diese Linie, die wir so über die Stunde hier zeichnen, die hat hier Auflagepunkte, die hat hier Auflagepunkte und ich glaube, dass da einige darauf gucken. Bedeutet, ganz konservativ, unterhalb der 7,5. Ganz konservativ, unterhalb der 7,5. Das würde bedeuten, lass mich nochmal einmal gucken, aller Voraussicht nach, so mit der steigenden 50-Tage-Linie, also unterhalb der 20- und 50-Tage-Linie, größere Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich es jetzt ganz vorsichtig machen will, 7.000. Ansonsten hier, 6,5, denn 6,5 ist auch von der, bin mir relativ sicher, von der letzten Aufwärtswelle, ja genau, ist auch die 61%-Detracement-Marke. Oder 6,6. Heißt, unten hin muss er mir so diese Zone bei 7,5 geben oder er muss diese Linie mir sauberer machen, damit ich dann sagen kann, so, ja, das funktioniert. Denn das Letzte, was wir wollen, also, ich weiß, seid mir nicht böse, wenn ich euch das sage, es ist nur gut gemeint. Ich weiß, die meisten von euch sind nur daran interessiert, bloß keine Bewegung zu verpassen. Ich bin daran interessiert, das, was ich mir hart ertradet habe, im Laufe dieses Jahres nicht zu verlieren. Das Letzte, was ich will, ist, oh, 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 das Ding ist durch, ich gehe short. Das Ding ist doch short, oder? Oh, nee, oh, verdammt, siehst du, ah, nee, ich hätte lieber warten sollen. Okay, short raus, oh, mmh, so. Dann lieber ein bisschen später und dafür mehr Wahrscheinlichkeit. So, fertig. Wenn ihr übrigens darauf in Zukunft keinen Bock habt, Mento-Programm kann ich nicht bewerben. Das ist bis in den Januar hinaus alles ausgebucht. Vielleicht Kryptonauten-Kommandozentrale. Kommt demnächst. Also entweder die Linie oder konservativ die 7,5. Jetzt muss ich sagen, es kann ja auch so sein. Und für alle, die jetzt sagen, ja, kann so sein, kann so sein. Ey, du sagst immer, kann, 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 kann. Ja klar, das ist meine Aufgabe. Ich muss gucken, wann ich short gehen will, wann ich long gehen will und wann ich nichts machen will. Hier mache ich nichts. Darunter wäre short interessant. So, was ist denn mit hier drüber? Na klar. Für den Fall, dass der Markt hier dynamisch die 8,3 rausnimmt und es es schafft, auch aus der Flagge rauszugehen, dann eine größere Wahrscheinlichkeit in Richtung 8,8 und 9. Jetzt haben wir ganz viel nach unten geredet. Und es gibt auch diese Möglichkeit. Und deswegen habe ich auch für die Long-Seite ein Trade, was mich interessiert. Das haben wir übrigens heute auf Facebook für euch. Das haben wir heute auf Twitter für euch. Das haben wir, glaube ich, sogar auf Tradingview. Hat einer der Mitarbeiter für euch gepostet. Und auch für die Short-Seite haben wir ein Setup, was uns interessieren würde. Und das haben wir heute in der Kryptonaten-Kommando-Zentrale. In der Mitte nur gucken, nicht anfassen. Und das sind die Möglichkeiten. Und auch wenn ihr jetzt den Kopf über mich schüttelt, dürft ihr gerne machen. Das stört mich nicht. Das ist euer Job. Ich habe meinen. Das hier. Liebe Kumpeletten und Kumpeletinen. Das ist alles für mich eine große Konsolidierung noch. Er sagt, ja klar. Ach, du Held. Zwischen 9.000 und 6.600. Ist das dein Ernst? Ja, absolut. Denn wisst ihr was? Wir müssen diese Welle von 5.700 Punkten ausschwingen. Und dann darf es auch mal so eine Range sein. Vielleicht wird sie in den kommenden Tagen und Wochen enger werden. Und wir werden sie enger fassen können. Im Moment ist das alles nur seitwärts gedüngseln nach einem massiven Anstieg. Was habe ich vergessen? Eigentlich nix. Eigentlich, dass ich mich freue, dass wir wieder Videos machen. Eigentlich freue ich mich darauf, dass sie hoffentlich fleißig dieses Video guckt, dass sie es bewertet. Falls sie das erste Mal, dass sie die Ausgabe schaut, dass sie sagt, finde ich gut, den Mann. Einer, der wirklich traden kann und nicht nur so redet. Und deswegen seid ihr auch herzlich angenommen, seinen YouTube-Kanal zu abonnieren, Glocke zu aktivieren und einer der Mitarbeiter hat sein Telefon hier liegen lassen. Herrlich. Ich muss Schluss machen. Und trotzdem möchte ich es nicht verpassen, euch wie immer zu wünschen, Kryptonauten, Kryptos, nicht nur zum Mond und Mars, sondern hoffentlich zum irregulieren Sagittarius-Zwerggalaxie. Hauptsache, ihr alle bleibt gesund und glücklich.